Ja Leute, was geht denn? Es geht weiter mit Let's Play God of War 2 Mit mir den Pfeil, ne, 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 obwohl doch, lass mal speichern, doch ist eine gute Idee Lass doch mal speichern, ja, machen weiter mit God of War 2 Ich möchte nur hier mal ganz kurz meine Sicherheitszähler wieder machen Das habe ich ja auch im ersten Teil so gemacht Sollte eine Aufnahme mit der ganzen Session nicht klappen oder so, aber weiß ja nicht Dann kann ich sie nachaufnehmen und dann muss ich die ganze Spiele auch hier aufnehmen Aber eigentlich passiert es ja eh nicht, aber man weiß ja nie, deswegen wieder Vorsicht statt Nachsicht Yeah, und wir machen weiter hier mit God of War, mal gucken wie es heute wird Letztes Mal war es ein richtig geiler Anfang Der Anfang letztes Mal war ja mal unheimlich geil So, jetzt kommen wir her Ähm, oh Was soll ich tun? Wieder nur, wieder wie damals Ja Die haben sich nicht geändert Sehr schön Die haben sich also nicht geändert zum ersten Teil Ja, deswegen, ne, man ist ja auch schon ein bisschen gut Ich merke es auch, redig, man überkügt immer mittlerweile, wenn man die Teile, obwohl ich war, warten Ja, ne, obwohl, da ist ein bisschen Energie, was mir fehlt Ich warte Wo ist es eigentlich nötig? Ähm, ja, da ist irgendwas Ich hole mal kurz vor die Truhe, nicht, dass ich dann auf einmal das nicht mehr machen kann Ja, das Punkt ist, hier hat sich auch ein bisschen geändert, ne, das ist ja auch nicht mehr so wie im ersten Teil Ja, okay, das war ein bisschen dumm Äh, ich wollte, ich wollte da nicht runter sprechen Egal, muss ich nochmal bekämpfen? Ja Gut, für eine Dummheit, ähm Habe ich jetzt habe ich auch verdient, aber egal Genau, wir sind fertig So, ja, frisst ja, genau, frisst es in deinem Hülsmaul So, sehr schön, nice, haben wir geschafft Wohle ich das nochmal kurz und dann Ah, okay Achso Da war man drüber auf meinen Hülsmaul Oh, achso, ah, nice Also kann ich mich so, so, ah, okay Aber natürlich wollen wir das hier machen, genau Ah, okay, gut Wow, wie kann, wow Ey, warum, willst du dir ja nicht mal was anziehen, lieber Kratos Oh, okay Scheiße, ah, fuck, fuck, fuck. Ja, die sind halt echt, die sind nerviger als im ersten Teil, da waren sie deutlich einfacher. Los. Genau, hol die erstmal runter. Ey, ist auch weniger platt. So, okay. Ah, okay, dann geht's nach oben. Ey, der ist hier aber auch echt arschkalt, ne? Wollte aber ich sagen, passt jetzt zur Jahreszeit, aber bald ja auch nicht mehr, ne, oder so. Nicht mehr ganz. Hätte ich im Januar Let's Playen müssen. Schöner sein müssen. So, ja, jetzt ergibt das ja schon einen Sinn, da krieg ich ja hier die wieder hergeschmissen. Na gut, am Anfang war ja auch God of War I relativ einfach, und nachher gab's die Schwierigkeiten. Oh. 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 Gott des Krieges, du lebst. Ich gehöre nicht mehr zu den Göttern. Wer hat dich hierzu verdammt? Zeus. Mein Vergehen war es, den Menschen zu helfen. Ich brachte den Sterblichen das Feuer des Olymp. Zeus sah dies als Verrat. Zur Strafe machte er mich sterblich und verdammte mich, von diesem teuflischen Vogel Tag für Tag verspeist zu werden. Und dann, mit Einbruch der Nacht, bin ich geheilt. Wie lange bin ich nun hier? Wie lange habe ich unter diesem Fluch gelitten? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, wenn du die Worte spartest. Es wird nicht das tun. Aber das ist das. Ich kann es nicht sagen, wenn du die Worte auflösenst. kann ich jetzt überhaupt okay jetzt geht wohl jetzt gerade vor wie mich an kann das sein ja nur wie ja du bist ja ja so über die müssen erklären kann es sein ach so warte ich muss ja und dafür wenn jemand eine schutzwaffe vielleicht damit okay warte mal kann man ja ja kann man nicht überhaupt töten weil da ist das aber ja das ist der einzige weg ja gut ich habe ihn hat das feuer ich glaube einfach wir werden mal weitergehen das ist nachher funktioniert so hoffe ich das jetzt mal weil da kann ich nichts machen und bämm und bämm und runter jetzt drüber los unhöflich sehr unhöflich so und einmal genau danke dann ist ein sprecher punkt nein 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 dann hätte ich jetzt schon hier oder speichern wir haben selber lehne vorher so lehne ich speichern nicht von der hallo naja beiden 3 4 3 er will im armen raus dürfen das ist aber auch ich wollte da ich dachte es geht okay ich glaub glaub zeit ziehen tour ist die stöße für da und schuss so einmal hier das hier nehmen genau ein auge das erste auge naja vielleicht geht es ja später so so okay das schicke ich gerade nicht so ja was wir sind ergeben oder ne da muss ich die erste ich muss die erste aktivieren kann das sein warte mal kann das ja nicht jetzt hier rein hier mit der renne bin ich warte mal mit dem nehmen ja genau das sieht mich anders aus da genau hier ist richtig hier sie leuchtet es richtig da nur so naja leute ist anders auch eine coole idee irgendwas zu verstecken ok jetzt geht es ja wohl auch los mit dem ganzen sammeln und so ja letztes mal es war ja auch eher nur nervös war ja wirklich ein sehr ausführlicher pro loko wird jetzt noch kriegsgott waren auch nein nicht dazu schon wieder die medusa die medusa die medusa guten tag ja der der verscheidet die leute ja sehr gut nein oh mein gott ich bin voll stehen geblieben genau also man steht nicht gleich nehmen schützt weil ich gleich ich habe einmal getroffen wird ja das könnt ihr auch machen ja weiß ich doch hallo spiel ich möchte jetzt nicht wie jedem mini spiel wird auf der art aufgebaut ist mir besagen wie es geht das sehe ich doch jetzt holen sie mir den transfer prozess das ist nicht gut normal oh alter ja nervt nicht ja war ein klimafi oh man listen das vielen dank da war dann wirklich ganz kümmer ja dann war es ja ganz ganz intelligent dass ich vorher gesagt habe ich lass erst mal liegen weil jetzt können wir es nämlich holen und nutzen war die energie da war hier in dem war war der höhe keine energie aber das heimlich verguckt ich wurde tatsächlich über übersehen hätte schwirren können dass die energie war aber die energie des zeunens so ja taifons taifons höhle ok ja ja ich glaube es ist das Problem ist ich weiß ja gott ich weiß nicht machen muss abwählen oh mein gott ist gemein ach du scheiße hau da hat man gerade küsst euch mein gott laufen da oh mein gott ich bin ja eh einmal gestorben insofern wenn er eh einmal gestorben ist dann kann man dann kann man ja auch einmal ich habe mir das jetzt genau überlegen ob ich verschwinden will kein bock ich komme zu dir ob sie es so gefällt oder nicht und ein kipps gott widerspricht man nicht so es ist ja jetzt dazu okay davor du kumpel das geht gleich ins auge ich werde dir nicht okay ist mir scheißegal aber ich werde ein auge zertrümmern du blindfisch sturmwind sie haben teil von zu ruine halten richtig ich kann übrigens nichts machen alt 2 wir können ja als wir festhalten können nicht gesehen war ja ist ja gut es läuft auch sehr gut oh wow hängst du das hält mich auf oder was denn keine du bist echt ein pisser weißt du das ein pisser von herzen oh gott wer kommt her kommt jetzt her ihr gewährlichen maden ja ja peter von herzen so dass wir hier durch jetzt oh gott war glück jetzt schon mal anders laufen können wo muss ich nicht hin jetzt mehr raus tschüss war schön so hülle abgeschlossen war doch easy tschüss da war schön mit dir ja ja ich werde es müssen wenn du das sagst dann glaube ich dir stimmt glaube ich die august tschüss hier war das hier hinten ach so ja wo ja doch wohl doch mach mal das wird schon passen so ähm ja ganz ewige feuer mit ihm oh du hast prometheus von der qual der götter erlöst sein fleisch hat die feuer des olymps verdorben und ihm die macht der titanen einverleift diese asche wird dir große kraft geben kratos nimm sie in dich auf und nutze diese kraft um deine feinde zu töten wir nehmen die die asche von einer leiche von dem anderem in uns auf damit wir stärker werden ja das ist eklig äh das ergibt Sinn äh ja cool das mache ich auch immer so es meint hier der firmin drücke l2 l3 ok das mache ich jetzt ja ja das klar entschuldigt haben alle andere mehr kraft ok was denn das doch eben gesagt es wurde sie haben genügend oder auch zu einem waffenbauer wer weiß ich doch es wurde schon mal benutzt er war schon mal freigeschaltet das glaube ich nicht wir können nicht reinkommen und schön und auf das hier wieder auch grausam als im letzten mal ja das war nicht so ja das sieht ja auch grausam aus aber okay wir hier lang und hier den hier machen evin voll ja voll ordentlich was erreicht bis jetzt sind voll schnell geworden die gefängnishöhle ich finde den folgen für den vollwind voll schnell geworden wenn wir es ist hier noch jetzt abgeben müssen aufpassen damit hast du hier hast du jetzt nur boni auch wow okay das heißt ich muss hier zurück oder wir zurück ja okay also ich hätte gedacht ich hätte mich als er die boni sind das ist okay war dann will das spiel steht mir dann zurückgeschickt ja okay war dann wo der deutlich bestimmt nicht mehr nach unten schätze ich mal aber immer eben gespeicherten befangen ja sagen wir sind hier oben in kreis sein dass hier oben da was ist ja immer höher immer höher wir haben geschehen richtig zu sein würden sie weiß ich doch ja vielleicht gesehen es ist komischen tipps an die gefühlt tausend jahren nutze in dem spiel ich gehe jetzt nicht von v1 da auch aber ich glaube ganz ehrlich die entwickler hatten so ein bisschen angst dass die spieler die grenzwehrleiste die hinkriegen von das eine das gleiche ist jetzt andere und dass man ok das hat ja jetzt hier jetzt hier jetzt das ist ja so aber die war so die türen die kümmern so und jetzt lieber geil aus der schubel gemacht erlebe den zorn eines kriegsgottes erlebt den zorn eines kriegsgottes kann es sein dass es jetzt zu sagen ah ok das war jetzt meine einzige aufgabe die macht zu erhalten jubb das haben wir mal eine einzige aufgabe habe ich ihn da mit ordentlich geschafft ja gut der wort war ja der ort war ja richtig und getötet sehr schön nochmal speichern ernsthaft noch was speichern was denn ich werde tot gewesen mensch wird gespeichern ich würde ganz gern so speichern dass ich nicht danach wieder gegner bekloppen ja genau ja wir oben waren wir noch nicht also kann ich nicht dran ändern oder am anfang oder ganz am anfang des levels jetzt kann ich ja sein na ja ja so es geht auf easy Zuck. Ah. Oh Gott, Mann! Get this here, all of us! Ah. Nice. Damit würde ich auch sagen, machen wir jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen und ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir haben heute ja unheimlich viel geschafft. Das war eine richtig erfolgreiche Folge, wir müssen das ganze Gebiet durch haben. Wir können ja mal hier was upgraden. Ja, im Bogen weiß ich nicht. Ich mach lieber immer erst mal hier die Dache hier. Ja, die Dache. Aha, im Vorhalter Schaden ist das Wichtigste, das Torben der Phobien. Okay, sehr gut. Mit großen Schritten und mit großen Schritten machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat und ihr dann nächstes Mal hier wieder mit mir am Start seid. Wenn es euch gefallen, könnt ihr gerne Abo, Like, Kommentare lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und den Kanal sehr unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mit-Dabei-Sein. Wir machen beim nächsten Mal, wie immer weiter in der nächsten Ausgabe von God of War 2. Tschüss, bis dann. Ich entlasse euch jetzt einen schönen Abend. Ja, einen schönen Abend, was um 19 Uhr kommt. Ja, 19.35 Uhr haben wir jetzt ungefähr. Schönen Abend, wenn ihr das rechtzeitig guckt oder guckt, wenn es rauskommt. Schönen Abend euch. Bis dann. Ciao. Mal, bis dann.